So schnell ist ein Jahr vorbei, denn wir sind schon motiviert beim nächsten Winterdienst. Wir brauchen nur noch deine Unterstützung. Willst du sehen uns umsalzen und flütschen? Und was noch? Und schauen, ob alles passt. Du entscheidest, wieviel du uns helfen kannst oder willst. Und die Bereitschaft wird bei uns immer gezahlt. Ein gutes Einkommen für zuverlässige Männer und Frauen. Du musst auch nicht selber um deinen Einsatz kümmern. Wir checken die Wetterlage, organisieren deine Route und sind 24 Stunden für dich erreichbar. Oder euch, jetzt könnt ihr euch zusammenarbeiten. Wir haben die modernste Technik und die neuesten Maschinen. Und super Schneeschaufeln, außerdem die optimale Ausrüstung. Beim Maschinenwinterdienst machst du einen Job, der uns alle Sicherheit gibt. Worauf fährst du? Schick uns deinen Namen und deine Telefonnummer. Auf mein Mötze bei dir. Wir freuen sich auf dich.